Meine Herren, wir können Europa vor der totalen Zerstörung bewahren. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir nicht alle so sind wie er. Das Risiko ist zu groß. Das ändert nichts, es muss getan werden. An was haben Sie dabei gedacht? Sie können Deutschland dienen oder dem Führer, nicht beiden. Aufgrund solcher Regen wurden Sie hierher versetzt, Herr Oberst. Ich habe schon weit Schlimmeres gesagt. Ich bin Offizier, aber durch den Dienst an meinem Land wurde ich zum Verräter an meinem Gewissen. Wir müssen uns neu organisieren. Die Sache muss erfolgreich sein. Darum sind Sie hier. Für Hitlers Deutschland wird die Sonne nie wieder aufgehen. Kann ich auf Sie zählen? Jedes Problem auf der Welt ist lösbar. Durch den sorgsamen Einsatz von Sprengstoffen. Der Trick ist nicht dabei zu sein, wenn er explodiert. Zehn Minuten. Eine für den Kontrollpunkt, zwei für den Weg. Eine zum Bunker und sechs, um rauszukommen. Jede Menge Zeit. Aber bedenken Sie, nichts verläuft je genau nach Plan. Operation Valkyrie ist in Kraft. Wenn die SS sie erwischt, wird man sie zerfleischen. Wenn ich versage, werden sie euch abholen. Euch alle. Ich weiß. Ist Ihnen klar, was Sie da tun? Wir sind aufgeflogen. Jede Sekunde, die wir hier streiten, ist verlorene Zeit. Wenn Sie die Nacht überleben wollen, tun Sie jetzt genau, was ich sage. Warum solltet ihr stärker sein als der Lauf der Geschichte? Mein Führer, darf ich vorstellen, Oberst Stauffenberg. Operation Valkyrie. Das Stauffenberg-Attentat.